So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Turbix Medias, das ist ein kurzes Infovideo und zwar über Liveklicks im Moment. Wenn man auf Liveklicks geht, kommt hier so eine Fehlermeldung und zwar, dass die Seite offline ist und dass bald neue Features kommen und das war es im Prinzip noch nicht. Und zwar, wenn man Liveklicks bei Twitter die Newsfeet abonniert, dann bekommt man hier auch ein paar Infos und zwar Updates, zum Beispiel die Preise, die bestellt wurden bei der Test Redemption, wurden verschippt jetzt. Der 24 Stunden, 7 Tage die Woche Store ist bereit und der wird bald eröffnet. New Later Members Selected, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwelche neue Teammitglieder, denke ich mal, haben sie auch auf der Startseite veröffentlicht. Neues Design wird kommen, das ist der Hauptgrund, warum die Website offline ist und es wird neue Möglichkeiten geben, Punkte zu kriegen, also Credits und das ist natürlich super. Und hier steht auch nochmal Redesign Installment in Progress, also wird halt neu designt und die werden in zwei bis drei Tagen wieder da sein. Mit dem neuen Design und den neuen Features, Features und hoffentlich wird die Seite cool aussehen, denke ich mal, also hoffentlich, hoffentlich mal und etwas übersichtlicher. Ich freue mich natürlich schon sehr darüber und das heißt natürlich, dass ganz, wenn ihr beim Giveaway zum Beispiel extra Punkte haben wollt, müsst ihr halt ein bisschen warten, aber das Giveaway läuft ja noch elf Tage. Ja, das soll es gewesen sein, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten. Euer Franz, euer Tricks Medias und haut rein!